Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Lead Invasion geschrieben, welches er mit 4,6 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Lead Invasion ist die Plattform für alle, die im Internet etwas zu verkaufen haben, ob digitale Produkte wie E-Books, Videokurse und so weiter. Bei Lead Invasion bekommt man den Zugang zu allen nötigen und gängigen Tools für das moderne Online-Marketing. Von smarten Lösungen für Webinare oder den Aufbau einer Landingpage. Es ist alles dabei. Lead Invasion hat einen speziellen Invasionsplan erstellt, der aus 4 Phasen besteht, die jeder mit der angebotenen Hilfe genau befolgen kann. In der ersten Phase geht es um das Branding. Hier wird alles gezeigt, was man wissen muss, um sich seine eigene Marke aufzubauen. Sich selbst und sein Produkt zu einem Markennamen werden lassen, der sich im Laufe der Zeit etabliert und zu einer angesehenen Brand wird. Die zweite Phase befasst sich mit den Menschen, den potenziellen Kunden und wie man Vertrauen schaffen kann. Phase 3 ist das Kreieren eines Funnel Systems, welches sich in den letzten Jahren als eine bewährte Marketingstrategie mit entpuppert. Funnel bedeutet übersetzt so viel wie Trichter. Man stellt sich vor, dass oben in die große Öffnung des Trichters die ungefilterten Leads eingeführt werden. Das sind Interessenten, die zum Beispiel auf der Landingpage gelandet sind. Ziel des Trichters ist es, aus diesen interessenten Zahlen der Kunden zu machen, indem sie Schritt für Schritt durch das Trichtersystem geführt werden. Ein Funnel System besteht optimalerweise aus mehreren digitalen Produkten, die zum Ende hin immer teurer werden. Am Anfang wären die Interessenten mit günstigen Produkten angelockt. Nun hat man genügend Zeit, den Kunden in ein Vertrauensverhältnis zu bringen. Er kann sich überzeugen lassen von dem ersten Produkt und kennt dann bereits die Marke und ist bei Zufriedenheit bereit, mehr Geld auszugeben für weiteren Content. Daher sind durch ein Funnel System gefilterte Kunden wesentlich wertvoller als jene, die frisch ankommen. So ein System muss zunächst einmal aufgesetzt werden und mit sinnvollen Produkten gefüllt werden. Dazu benötigt man eine Menge Tools, Wissen und Strategien. Dies alles wird dir mit Lead Invasion an die Hand gegeben und der Umgang wird dir dazu noch hinreichend erklärt, damit jeder in der Lage ist, sich ein solches System zu erschaffen, welches 24 Stunden am Tag das ganze Jahr über automatisch arbeitet. Die vierte Phase beschäftigt sich mit den Webinaren. Als Webinar bezeichnet man ein Seminar, welches online abgehalten wird. Auch dies hat sich im Online-Marketing als sinnvolle Methode durchgesetzt und wird seither immer mehr verwendet. Man stellt sich vor die Kamera oder lässt seine Computerbildschirme übertragen und kommentiert dies im Anschluss, zeichnet dies alles mit entsprechenden Video-Capture-Tools und produziert damit ein vollständiges Seminar. Inhaltlich sollte man dabei etwas bieten können. Man muss sich selbst als Experten verkaufen, der Ahnung hat, wovon er redet. Meist ist ein Webinar so aufgelegt, dass ein Zuschauer etwas Wissen vermittelt bekommt, aber das komplette Wissen sich erst im Anschluss kaufen muss. Das Webinar kann man kostenlos als Werbung für bestehenden digitalen Content verwenden oder man verkauft einen Teilnehmerplatz und kassiert somit von mehreren Zuschauern das Geld. Ein Webinar gilt als die Königsdisziplin. Es gibt dabei viel zu beachten und zu lernen. Bei Lead Invasion bekommt man eine komplette Webinar-Plattform. Ich stelle ihn, hochladen und vermarkten geschieht direkt über Lead Invasion. Der 4-Phasen-Invasionsplan nennt sich nicht umsonst eine Komplettlösung für jedes Online-Business in Sachen Online-Marketing. Werfen wir einen näheren Blick auf die Tools. Angeboten wird zum Beispiel das Drag-and-Drop-Prinzip für Landingpages. Zur Erinnerung, Landingpages sind die Internetseiten, wo Interessenten zuerst stoßen, nachdem sie eine Bannerwerbung oder etwas Vergleichbares angeklickt haben. Es ist also der erste Eindruck, den man als Marke bei einem potenziellen Kunden hinterlässt. Mit Drag-and-Drop kann man binnen weniger Minuten eine komplette Landingpage für sich und sein Produkt erstellen. Es gibt mehr als 500 Vorlagen, aus denen man wählen kann. Dort lässt sich sicherlich für jede Branche und Nische eine geeignete finden. Diese Vorlagen kann man durch weitere Futures und Bearbeitungs-Dools individualisieren und freigestalten. Das ist besonders geeignet für Einsteiger, die technisch nicht versiert sind. Man spart hier enorme Kosten, da man sich sonst diese Landingpages erst teuer designen und erstellen lassen müsste durch eine Profi. Neben den Kostenfaktoren spielt auch der Zeitfaktor eine große Rolle, da man nur einige Mausklicks von der eigenen Landingpage entfernt ist. Die Lead Invasion ist auch gleichzeitig Plattform für die Vermarktung des eigenen Produktes. Dies ist gebührenfrei bis zu dem Zeitpunkt des erfolgreichen Verkaufs. Die Gebühr beträgt dann 5% pro Transaktion. Als Bonus-Tools werden noch ein Online-Banner-Creator, Online-Infographic-Creator, Offline-Grafik-Creator, Video-Grafik-Creator, Video-Grafik-Creator, YouTube-Channel-Creator, E-Book-Creator, Verkaufsseiten-Creator, Facebook-Fanpage-Creator, Bild-Editor und URL, Short-Namen oben draufgelegt. Lead Invasion versteht sich als Community und man erwirbt daher eine Mitgliedschaft. Diese kostet im Monat 49 Euro. Die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage und ist schriftlich über E-Mail zu erledigen. Ich wollte ins Online-Geschäft einsteigen und habe nach Paketen gesucht, die für einen Einsteiger geeignet sind, viele Lösungsansätze bieten und einfach umfangreich sind. Letztendlich bestand für mich dann noch die Wahl zwischen Lead Invasion und Digibus. Entschieden habe ich mich für Ersteres, da die Homepage ansprechende aussah und der Lead-Leistungsumfang mich einfach mehr überzeugte. Da ich die Mitgliedschaft jederzeit kündigen kann und es noch ein Angebot gab, wo ich es zunächst kostenlos testen konnte, habe ich zugeschlagen. Per E-Mail erhält man die nötigen Zugangsdaten, um in den geschützten Bereich von Lead Invasion zu gelangen, wo man dann auch den Zugriff auf alle Tools bekommt. Der Bereich ist sehr schön übersichtlich gehalten und die Navigation fällt extrem leicht. Auf YouTube existiert auch ein Video, wo man genau durch das Programm durchgeführt wird. Wer also da einen näheren IMDK möchte, der sollte nach dem Video einmal schauen, da dort alles gezeigt wird. Der Umgang mit den zahlreichen Creators und mit dem Landing-Pages-Track-and-Drop-Tool ist wirklich einfach. Die Schritte werden genau angezeigt und erklärt. Weil es Fragen auftauchen sollten, kann man sich einmal an die Community wenden oder im Nachschlagewerk nachschauen. Sehr interessant finde ich auch die Möglichkeit, dass man mit Lead Invasion ein Partnerprogramm erstellen kann. Das heißt, man kann, wenn man sein Produkt so weit an den Markt gebracht hat, sich Vertriebspartner anlächeln, die das Produkt weiterverkaufen und man verdient mit ihrem Erfolg noch gleich mit. Dies ist eine große Einnahmequelle, die man keinesfalls unterschätzen sollte. Als Fazit kann ich sagen, dass Lead Invasion für alles eine Lösung bietet. Es ist eigentlich für jeden geeignet, der beabsichtigt mit digitalen Produkten im Internet Geld zu verdienen. Wenn man sein Wissen in wertvollen Content verpacken kann, so ist man hier genau richtig. Alle Arbeit, die einem abgenommen werden kann, wird hier abgenommen. Der langwierige Prozess ist sicherlich das Zusammenstellen der Inhalte und fordert einiges an Geduld und Zeit ab. Wer dort ernsthaftes Interesse hegt, dem kann ich Lead Invasion guten Gewissens ans Herz legen, vor allem für den Preis. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de Video! Untertitelung des ZDF, 2020